Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' you two ways wieder für euch am Start, Sonntag um 10 Uhr mit einem weiteren FIFA-Bingo. Ihr kennt das mittlerweile und heute gibt es die Bundesliga-Upgrades, unter anderem mit den Man-of-the-Match-Spielern. Und, ja, Till, was geht ab, Digga? Ja, es waren wieder einige Walkouts am Start, Leute. Bleibt also am Start, lasst ein Like da. Ihr wisst es, wenn ihr es wie immer jeden Sonntag um 10 Uhr sehen wollt. Und, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, 4444 Likes, werden auf jeden Fall fresh, wenn ihr das packen würdet. Checkt auch gerne noch meine neuen Gang-Klamotten ab. Ihr wisst es, im Bundle kriegt ihr da sogar eine Autogrammkarte unterschrieben von mir dazu. Wer das haben will, gönnt sich auf jeden Fall. Feiere ich irgendwie diese Autogrammkarte. Und jetzt, würde ich sagen, labern wir gar nicht mehr viel rum. Wir fangen an mit dem Video. Ihr könnt es im Titel sehen. Zwei Walkouts in einem Pack, unter anderem war nice. Let's go. Let's go mit dem Bundesliga-Upgrade. Pack-Opening-Battle. Bingo. 3, 2, 1. Do it, man. Yo, come on. Das ist Pack. 83er Plus mit Ansage. Okay. Und bei mir ebenfalls in 83er Plus. Ein Glatzkopf auch noch mit Ansage. Oh. Der hat sich jetzt erst geöffnet. 83er Plus ist am Start. Und es ist ein Türke. Es ist Ömer Toprak. Oh, ich hab Bailey. Ey, ich hab Bailey. Bailey zählt ja als Upgrade. Der muss eigentlich, ey. Ja, Leute, wir machen das ja so, dass wir nur die Baba-Upgrades benutzen werden. Und Bailey kann man schon sagen, der hat ein Baba-Upgrade. Baba-Upgrade. 5 Upgrade-Punkte, Digga. Okay, 1-0 für mich. Läuft. Eigentlich nehmen wir nur so die 83er Plus-Spiele. Aber bei Bailey kann man mal eine Ausnahme machen. Da hast du mal Glück gehabt. 1-0 für Till, der hat ein Upgrade. Oh, Kayubi, Digga. Läuft auch noch bei dem hier. Aber sonst ist nix am Start. Oh mein Gott, okay. Okay, okay. Wir haben auch wieder Joker am Stand, Leute. 3, 50 K-Packs darf jeder in diesem Bingo ziehen. Und der zweite 83er. Dieses Bingo wird heute verrückt. Schweden. Z-O-M. Forsberg. Wieder nur ein 83er. Zwei Mal. Mal schauen, ob jetzt bei mir der erste 83er Plus kommt. Komm, komm on. Die LEDs haben zweimal keine Kategorie geschafft. Wie blöv ist das denn? Zweimal kein 83er Plus bei mir. Ja, 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 ja. Diese Bundesliga-Packs, die sind schon lit, ne, Till? Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Aber bislang, naja, ich hab noch kein 83er. Okay, 1 zu 1. Ich hab den Glatzkopf bekommen, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ja auch immer kurz davor, mir eine Glatze zu schneiden. Wer weiß, ne? Vielleicht die Furcht. Vielleicht, vielleicht bei den Blitz-Kaos, die Bestrafung ist vielleicht eine Glatze. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht was anderes. Man weiß noch nicht, ihr wisst es. Ein Punkt fehlt noch für Till. Dann werden wir euch die Bestrafung erzählen. Bei den Blitz-Kaos im FIFA-Bingo. Mein erstes 50 K-Pack, Bro. Öffnest du, oder was? Ich glaub schon, ja, komm. Ich mach mein erstes 50 K-Pack, Leute. Ey, drittes Pack. Dritter. Und diesmal ist es die Info. Deutschland. ZDM, ist es ein stabiler? Wer kann das werden? Till? Kramer. Es ist aber mein drittes Pack und mein drittes gutes Pack. Ich hab grad schon überlegt, Emre Can, aber der spielt ja in der Premier League. Okay, dann komm ich zu meinem 50 K-Pack. Das erste von drei Stück. Gönnir, ich lass mein Inform da noch so lange stehen. Ja, wenigstens 83er Plus. Haben wir schon mal anders erlebt. Auch ein Inform kommt Suarez. Yes, Italien, ZIV. Wer ist das? Ach nein, das ist dieser Romagnoli. Na ja, Romagnoli. 82er rated. Ja, 82. Ja. Wie viele Kategorien hast du dann jetzt? Ja, ich hab Inform halt damit abgeschlossen. 25 K-Plus würde nicht wert sein, also zwei. Ja, gut, dann steht zwei zu zwei, Leute. Dieses Bingo wird bestimmt heute wieder richtig, richtig spannend. Es sei denn, ich hab noch einen Glatzkopf da drin. Dann eventuell. Oh, 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 oh. Okay, weil Till seinen Joker geöffnet hat, werde ich jetzt auch zu meinem ersten kommen. Dempilé noch am Start? Uuuuuh. 25 K-Plus nicht mehr, ne? Ne, ey, ey, Dempilé ist 4K-Wert. Weißt du, am Anfang ja war 60, 70 K-Wert, ey. Scheiße. Nose-Pack, Digga. Und viertes Pack, vierter LED-Spieler. Leute, Wake's Luck is back, ich sag's euch. Scheiße. Und es wird auch aus dem 50 K-Pack ein Bundesliga-Spiel da. Man merkt, es ist heute ein richtiges Bundesliga-FIFA-Bingo. Es ist Cater geworden. Auch nur ein 83er. Digga, ich hab jetzt vier Packs, vier LEDs und keinen einzigen 84er. Läuft bei dir bloß lang. Ich hab vielleicht jetzt mal meinen ersten 83er jetzt hier eben 400 Points. Bundesliga-Pack und da ist der, come on. Bitte, Deutschland, Hummels. Deutschland. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich. Noch ein 8. Ey, 84er-Upgrade. Spätestens jährlich ein Upgrade-Spieler und 84er-Plus. Warm. Bei dir ist es krass gerade, ne? Bei dir ist es echt nice. Yep, 84er-Plus. Der wird halt nicht über 25 K-Wert sein, das ist klar. Aber ich hab drei Kategorien und du? Ich hab immer noch nur zwei. Inform und Glatzkopf. Ich fühle ja, also vielleicht hab ich auch noch einen Glatzkopf hier am Start. Näää. Boah, Dämme, Digga. Der hat auf einen Millimeter abrasiert, aber das zählt natürlich nicht. Okay, Kimmich, 84er. Was ist der Wert? Ja, 6.000 Münzen geht klar. Ja, würde ich sagen. Oder ist in Ordnung. Man kann mal da arbeiten. Ey, Leute, ich brauch jetzt einen stabilen Upgrade oder so, man. Die müssen jetzt mal gönnen. EA, mach doch mal kein Auge. Vier Minuten sind um. Ihr könnt alle, wenn die nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder ein FIFA-Bingo sehen wollt, jetzt schon mal einen Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall easy freuen. Was meinst du, Tim? Wie viele Likes schaffen wir denn heute? Oh, easy wieder die 5.000. Easy, Mann. Oha. 5.000 Likes. Easy. Oh, du Kacke, Mann. Ich dachte, jetzt wollte ich gerade sagen, 5.000 Likes hier. Dann hau ich noch einen 83er raus, aber war nicht am Start. So ein Man of the Match wäre aber auch chillig, Mann. Oh, Man of the Match. Ja, aber den können wir nur aus den 50k-Packs ziehen. Ja, aber es gibt keinen Bundesliga-Man of the Match, leider. Letzte Woche wäre heftig da. Bei Werner, ne, als Man of the Match. 4,4 Millionen Coins sind geknackt oben auf meinem Konto. Ich mache jetzt noch einen Nosepack und danach gehe ich zu meinem nächsten 50er. Ey, fahm. Komm, komm, komm. Ich glaube, wir machen das nächste Mal zusammen. Komm, komm. Oh, yes, Mann. Wen? Bitte, bitte, bitte. Ich weiß es noch nicht. Einen Deutschen? Einen Torwart? Nein! Es ist ein 84er-Fußmann. Aber ich habe natürlich auf Neuer gehofft. Und habe darauf gehofft, dass es Blitzkore gewesen ist, Bro. Okay, komm, wir machen das nächste 50k-Joker-Pack zusammen, wenn du ready bist. Ja, warte, warte. 84 Plus habe ich abgehackt und somit steht es schon wieder 3 zu 3. Okay, ja, okay. Aber jetzt, ich dachte, ich werde jetzt hier Walker draus ziehen. Bist du bereit? Warte, warte. Ganz entspannt bleiben. Ganz, ganz entspannt bleiben. Ich mache jetzt gerade mein Pack weg. Hier, bang, bang. Dann tue ich auf jeden Fall Fairman auf die Transferliste. Und den Rest kann man hier, denke ich, diskaniert. Und dann geht es jetzt gleichzeitig zu einem 50k-Pack. 2, 1, let's go. Walkout mit Ansage, Leute. Come on, ey. Hitze Walkout. Oder Aiken. Come on. Ja, 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 ja. In Form. Suárez, Lukaku, irgendwas. Brasilien. Linker Verteidiger. Walkout mit Ansage, Bro. Thiago, Thiago, 88er-Rate-Hits. Macht hier den Roboter. Und ich habe gerade passend hier die Bayern-Trikots aktiviert. Passt natürlich perfekt zu Thiago hier. Läuft, Mann, ey. Das passt doch hier perfekt, wie das du. Ich habe in Form Ismaili. Ach, du Scheiße, Digga. Okay, ich habe 88er Thiago. Das heißt, damit habe ich ein 87er-Plus. Damit habe ich ein Walkout. Damit könnte ich auch 25k-Plus haben. Das will ich jetzt noch nicht abhaken. Ich habe jetzt 5. Und wenn der 25k-Plus-Wert ist, 6 Kategorien. Ey, hast du schon das neue Bild von Falcao gesehen? Das sieht richtig fresh aus, Digga. Ne, ho, ho, aber... Vielleicht habe ich ihn auch jetzt hier, wer weiß. Come on, Falcao, oder noch ein Walkout. Oh, Perisic. Hat der ein Upgrade? Ja, ne, auf 86. Der hatte vor 84, stimmt. Ey, warte, Perisic ist 86. Das heißt, das ist auch ein Walkout. Du hast zwei Walkouts in einem Pack, Digga. Der Typ zieht zwei Walkouts in einem Pack im FIFA-Bingo, bevor ich ihm eine Wumme hau. Ey, Perisic ist 25k-Wert, Digga. Kranke Sache, Mann. Hast du das nächste... Digga, was hast du jetzt alles schon abgeschlossen? Und Thiago wahrscheinlich auch 25k-Wert. Ja, normal. 40k, easy, ganz locker, Digga. Digga, weil die läuft ja krank. Läuft, Alter. Kann ich mich nicht beschweren? Zwei Walkouts nimmt man immer gerne mit, oder? Sag mal, was hast du jetzt alles geschafft? Ähm, stimmt. 25k-Plus muss ich auch noch abhaken. So, ich habe jetzt sechs Kategorien. Mir fehlt noch Icon Man of the Match und Glatzkopf fehlt mir auch noch. Boah. Das läuft doch jetzt. Der Typ hat eigentlich alles außer Glatze so geschafft, was man easy schaffen kann. Jetzt kommt das Schwere, ne? Entweder noch Man of the Match oder 90er plus Blitzkopf. Ach, ich fühle hier mit sechs Punkten. Wie viel hast du denn? Ja, drei, Digga. Drei, Digga, ja. Da wird mal langsam Zeit hier für dich und... Du musst dich ein bisschen ranhalten. Hier, schau mal, wer denn die Stürmer ist. Schau mal. Ich muss ihn jetzt noch aufholen. Ich will hier heute auf meinem eigenen Kanal gewinnen. Ich habe noch einen Glatzkopf gezogen. Wir haben mir noch beide 51k-Pack als Joke am Ende. Das kann dich noch mal retten. Vielleicht mit dem Blitzkopf, wer weiß. Boah, das wäre krank, Alter. Ich will jetzt auch wieder einziehen. Da steht 3 zu 1 für dich im Blitzkaos, ne? Du musst mal langsam aufholen, ey. 3 zu 1, Digga. Der Typ hat schon drei Blitzkaos und ich erst eins. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lass doch, ey. Was war das? Das war das schlechteste Bundesliga-Upgrade-Track, das jemals gezogen hat. Da war vielleicht direkt instant abstoßen. Juck mich gar nicht. Einfach weggehauen hier. War so eine Kacke. Ey, ich habe jetzt gerade so viele Dings gezogen. Oh, Upgrade, come on. Come on, come on oder whatever, Digga. Boom, come on, come on, turn the ratio on. 83er plus mit der Ansage in Form. Aber da kann es eigentlich kein guter sein, wahrscheinlich. Ach, ne. Obwohl doch, Walkout, oder? Jawohl, Jahrstein, der Torhüter. Nächster Walkout, Bro. Nächster Walkout, dritter. Kenn ich nix, ey, ganz easy. Hier, bringt er mir noch irgendwas? Ne, natürlich nicht. Jürgen, du hast schon jetzt drei Walkouts, zwei in einem Pack und das ist der nächste, ne? Easy, Digga. Ja, wie lange haben wir noch Zeit? Ich glaube noch knapp Minuten, ne? Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Ich öffne jetzt noch ein Pack von den 400er-Points-Packs und danach gehen wir zu unserem letzten 50k-Packs. Leute, wünschen wir doch mal Glück. Mich kann eigentlich nur noch ein Blitzko retten. Oh, ey, ich habe Brooks, Digga. Der hat eine Glatze. Also, der hat wirklich eine Glatze. Ich hatte jetzt schon viele Spieler so, in einem Millimeter, aber der hat eine Glatze. Chill, 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 chill. Deutschland, Torwart. Nein. Mann, ey. Wer ist es? Ferman, schon wieder. Oh, mein Gott, Digga. Es hätte neuer werden können. Wie betreibt es doch nicht hier so, Mann? Scheiße, ey. Okay, das heißt, ich kann jetzt nur noch das 50k-Pack retten, weil ich habe sieben Kriterien, Bro. Sieben. Du musst jetzt entweder richtig viele mit einem Pack abschließen oder im Blitzko raus. Aber okay, zähl runter, wenn du ready bist, ne? Okay, Leute, das letzte Pack. Checkt auch noch gerne nochmal meine Klamotten ab. Ihr wisst es, die Gang-Klamotten sind auf jeden Fall da. Tomidostore.de slash Wax oder ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, in drei, zwei, eins. Ziehen wir das letzte 50k-Pack und hoffen nochmal hier auf eine 90er oder eine Icon. Ja, es ist auf jeden Fall stabil. Es ist ein Icon. Nein, es ist ein In-Form. Uruguay. City Phone, nein, Digga. Nein, es wird nicht mal gut dienen, ey. Es ist mein dritter In-Form in diesem Pack-Opening und dieses Mal ist es Nakamura geworden, Junge. Boah, Digga. Ich habe Uruguay-Flag gesehen, aber ich wusste halt schon, Stürmer ist ja, Suarez ist ja In-Form. Das konnte schon nichts geben. Aber es wird so nicht mal gut dienen. Wäre mein vierter Walkout gewesen. Schade, Mann. Aber ich habe gewonnen, Bro, ne? Du holst hier nicht mehr auf. Ah, Digga. Schade, Leute. Wie gesagt, Leute, lasst trotzdem gerne ein Like. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Lasst auch ein kostenloses Abo. Da aktiviert die Glocke. Und damit würde ich auch sagen, meine Transferlist ist voll. Wir sind raus. Haut rein. Bis nächsten Sonntag um 10 Uhr mit dem nächsten FIFA-Bingo. Peace.